Unser Thema heute Kräuteröle selbst ansetzen Wir stellen Ihnen eine Pizzaölmischung vor Führen zur Mischung benötigen wir 2,5 Teelöffel Pizzagewürz und 1 Teelöffel Salz und einen 3,25 Liter Rapsöl Wir füllen dann unsere Pizzagewürz in unsere Flasche und übergießen sie dann In regelmäßigen Abständen bitte die Flasche ganz herumdrehen dass alle Kräuter oder Gewürze gleichmäßig bedeckt werden Um ein sehr feines Kräuteröl zu erreichen seiere ich meine Kräuteröle immer mit einem Filterpapier ab Vergessen Sie nicht ein schönes Etikett auf Ihre Flasche zu setzen und beschriften Sie auch gleichzeitig das Abfülldatum Dieses fertige Kräuteröl hält 6 bis 12 Monate an einem kühlen Ort und das ist eine große Herausforderung für die Flasche und die Flasche der Flasche und die Flasche des Flasche der Flasche und die Flasche